es geht weiter okay wir müssen den bürden immer noch bescheid sagen haben wir hier irgendwo eine werkbank jeden fall ist oben tresor wird hier angezeigt ja über uns okay das war hier kommt schon wieder und den schon wieder ja ich möchte auch gerne hier ein aber irgendwie komme ich ja noch nicht rein schade naja gut vielleicht brauchen schlüssel oder so keine ahnung wir gehen erst mal runter mal gucken was hier unten noch ist so rum treibt okay hier haben wir nichts wir gehen mal hier rein warte hallo ihr mich doch bestimmt gehört ja wo sowas von sagen ich will euch selber tote stirb kannst du es verleben ich weiß nicht ob wir hier rein können team 8 team 8 team alpha 8 und team beta 2 ok punkte natürlich kleben wir damit her damit her damit oh ich sehe kommen wir hier rein hallo hätte uns ja anders schon gehört hallo ich bin da wenn auch keiner doch ich bin da sag ich noch welche hallo hallo hier oder nee aha habe ich doch gewusst was jetzt nie hoch ja gut ich meine hier lag noch ein energie regel damit haben wir den ganzen sachen ich habe dass man hier nicht ran ich meine hier haben hier spielkonsolen und wir können da nicht dran eine bowlingbahn wieder weggeflogen ist das wäre es ja auch wenn man hier mit der bowlingbahn hier warum umgeben könnte das wäre sauer gewesen naja schade gut ich glaube hier ist nichts ich nehme jetzt mal mit besser als gar keine waffe wie gesagt schade dass wir hier nicht ran gehen kann ich glaube wir sind dort durch ja gut ich würde sagen dann gehen wir weiter ja ich muss dort durch was habe ich hier was haben wir hier nichts wenn wir uns anschließen kann ich nie entferne die hören uns doch heute ist die falsche richtung gewesen ja naja gut und und ähm und ähm oh aber okay okay ich werde wieder ganz oder habe ich das gar nicht benutzt ich bin ganz sicher weg mit dir ich bin ganz sicher ich bin ganz sicher ich bin ganz sicher hier können wir rein das schaut nicht gut aus hallo okay was haben wir hier boah wenn wir schon mehr die kürtchen haben warum soll ich denn dies nicht mitnehmen koffer oder ja batterie ja die batterie warum ist jetzt weg ja ich glaube ich hätte mit der batterie mit wasser kombiniert kombinieren können ja zum sealord halperin hotel aktive quest werden aufgegeben okay habe ich noch eine aktive quest warte christ sehr ruhig sind es dir ne ist das die lebendige lebende legende kurt kurt ist sinclair hä wo denn ist das da oben oder die sind auch wieder ein bisschen gespawnt oder ja hallo ja aber wo ich denn nicht okay hey fuck weg mit dir ja nice und noch einmal ach der da oben am balkon mein gott habe ich mich erschrocken holy shit ey fick dich ey fick dich heilige scheiße hab ich mich erschrocken ey man 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 ja wie komme ich noch dort oben also hier komme ich nicht rein dort komme ich auch nicht rein ja das muss aber irgendwie einen eingang geben guck ich meine ja ja das ich weiß ja dass es die neben quest war ne aber irgendwie komme ich hier nicht weiter oder habe ich hier irgendetwas übersehen ist es hier ja damit ich muss ja irgendwas übersehen haben was ich mein ich komm hier komm ich auch nicht rein ne Schlüssel zu Curtis Haus erforderlich ich muss irgendwie bestimmt muss ich mit denen irgendwie mit denen reden oder so hallo ach so geht das ok ich bin Amy und ja ich glaube ich habe gesehen in ein paar wirklich alten Filme so sind Sie gekommen down ah listen I need help years of doing my own stunts means well the old hip won't survive this drop I need to get my chair list to get down but the power in the house is gone kaputt I'm more about fighting zombies than electrics where do I start check the connections down at the end of the yard see if the problem is there now if you can get things running I can I can hold you inside Godspeed kid ok im Hof stell den Strom wieder her ok 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 ja gut dass wir hier drin schon mal waren ja wir brauchen warte wo was denn wenn ich dann guck da ok ach guck mal wen wir dort haben jetzt kommen sie alle ja weg mit dir noch einmal ist sie tot doch ist noch einer gerade waren sie waren die gerade nicht hier haben wir das gesehen ok jawohl willst du mich verarschen ok kommt her ich hab mich überhaupt eingeladen weg mit dir so nicht anders so brauchst du einen Tritt kannst du gehen geben Okay. Ja, von wo? Auch da. Wird nie alle eingeladen hier. Wofuck. Ja, lass mich doch mal in Ruhe, hallo. So, nicht anders hier. Ja, was machst du denn da oben? Ich höre es rum, ja? Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ja. Perfekt, nichts war was kaputt. Was ist denn das Schild einfach? Ich darf doch keiner mehr sein, oder? Okay, sind alle weg. Das wär's ja gewesen, das war ich. Warte, warte, ich komm, wenn ich. Ich muss immer hier ein bisschen um. Tu es zu. Okay, ist nichts mehr. Was ist denn da? Okay. Quatsch mit Curtis, dann machen wir das. Ich bin der Weg nach oben, nachdem ich meine Glückwunsch zu diesem Ort sagen. Ja, du hast gut gemacht heute, Kind. Danke wieder. Du weißt, ich bin nicht sicher, dass du deinen Weg nach Emma ist in einem Stück. Einige dieser Zombien gehen schnell. Du weißt, du weißt. Schau dir, Kind. Ich bin alt, nicht senile. Peggy hier wird sicher, dass ich da da komme. Du wirst sehen. Okay. Jetzt komm. Okay, ich habe einen Golfschläger freigeschaltet. Du weißt, wie es damals war. Vielleicht hätte dieser Kind nicht gewonnen. Verdammt. Ich bin zu alt, um neue Erinnerungen zu bekommen. Okay. Quests haben wir die abgeschlossen, ne? Eine Nebenquest. Dann, wie gesagt, Storyquests, Suchmeldungen. Haben wir noch gar nichts. Wir haben das nächste Level erreicht. Aber... Oh, eine neue Karte. Okay, warte. Ich habe mal kurz nach. Was kann die? Versichert. Der Gebrauch eines Medikits löst eine kraftvolle Explosion aus. Die Zombies in der Nähe aus dem Gleichgewicht bringt. Okay. Okay, 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 okay. Ja, kann ich die natürlich hier raufpacken? Schade. Okay. Ja, dort komme ich irgendwie noch nicht rein. Naja. Ah. Jetzt kann ich hier rein. Okay. Ist nichts. Oh. Opa. Okay, Leichtigkeit. Nice. Sehr gut. Schrott. Schrott. Hier da mit. Immer hier da mit. Nice, 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 nice. Was haben wir denn dort? Hier kommt eine Energieregel. Medikit. Sehr gut. Hier ist nichts. Ich lass mal die Tür zu, ne? Ich glaub das ist auch in Ordnung. Mein Gott. Musst du mich erschrecken. Meine Güte du. Oh. 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 Save mit dem Wasserzeichen. Er wird es auch von Kurt. Okay. Hallo. Na, möchte da jemand rein? Okay. Ach, leben die schon wieder? Weg mit dir. Oh. Oh. Hoppala. Weg mit dir. Weg mit dir. Er ist direkt tot. Okay. Jetzt schauen wir die E2. Oh. Oh. Ah, die sehen mich auf jeden Fall. Safe. Also wenn die mich nicht sehen. Das war klar. Hier. Ich denke ich dir. Und tot. Haha, geil Sebastian. Reste. Wann? Ich dachte die geht aus. Na ja, gut. Okay. Ja, ich renne dann wieder durch, weil hier war ich ja schon. Genau. Und wir verlassen das Gebiet auf jeden Fall. Ist da in Wood? Was? Keine Ahnung. Na. Ja, ich meine, ich habe wie gesagt keine Aufgaben mehr. Na, deswegen sage ich, gehen wir zum Hotel. Ja, wir machen das eingebunden. Hier zur flauhe, dann muss ich irgendwo sein können. fol кл Rio GLORIA sowas. Geil nach unten drauf 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 drauf. Vielen Dank.